Lieber Herr Jesus, dir dürfen wir unsere Sorgen anvertrauen. Bitte beschütze meine Schwester Simone und halte sie in deinen Händen, so wie du uns hältst und bewahrst. Haben Sie eine Idee, wer die Simone umgebracht haben könnte? Hat sie einen Freund gehabt? Ich glaube, die Simone... Meine Schwester, die wollte ihr Abitur nachmachen und hat den ganzen Tag gelernt. Da war für eine Beziehung keine Zeit. Haben Sie gewusst, dass die Simone im Internet aktiv war? Sehr aktiv. Schweine-Kram, Schmuddel-Videos, Live-Camp. Na ja, ist doch wahr. Mox ist Aramoi so richtig versaut. Dann schau doch mal rein bei der Mona. Ich bin mollig und ruhig und richtig well. Aua! 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 Das ist meine Schwester! Haben Sie von den Videos gewusst? Das glaube ich nicht. Na ja, Herr Kitzeder, das ist jetzt eher weniger eine Frage des Glaubens.